Wir haben ein neues Spiel für euch, das heißt alles für eine Knolle. Und da wird nach dem Best of Five gespielt, also zwei unserer Spieler oder aus dem Mannschafts- und Betreuerteam treten gegeneinander an. Und es wird Schätzfragen geben, zum Beispiel zu Bundesliga-Vereinen. Und die beiden Konkurrenten haben dann die Aufgabe einzuschätzen, wie viele Bundesliga-Vereine sie innerhalb von 30 Sekunden zusammenbekommen. Und der, der am höchsten bietet, der muss vorlegen und der andere, der kann aber nachziehen. Denn wenn der, der abliefern muss, nicht abliefert, bekommt sein Gegenspieler einen Punkt. Und das, was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt Gutscheine gewinnen. Und zwar setzt ihr auf einen der Spieler. Wer schätzt ihr, wird gewinnen? Elias Bethke oder Corbinian Moyet? Tobi Hasse oder unser Kapitän Axel Borgmann? Das könnt ihr mal drunter kommentieren bei Alles für eine Knolle. Das ist übrigens auch der Hashtag zum Thema. Alles für eine Knolle. Und wer richtig geschätzt hat, der bekommt am Ende des Tages Gutscheine geschenkt für die Tierparkgaststätte oder die Kartoffelkiste.